Zertifizierungen sollen einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten. Zertifizierung in der Notaufnahme bedeuten, dass Abläufe, Prozesse und personelle Strukturen einer gewissen Qualität folgend durch eine Fachgesellschaft überprüft und am Ende zertifiziert werden. Was ist ein Zertifizierungsprozess? In St. Georg haben wir eine Zertifizierung für die Stroke Unit und für die Chest Pain Unit. Das bedeutet, dass wir entsprechende Schlaganfallpatienten und Patienten mit Brustschmerzen, also den Verdacht oder am Ende vielleicht auch Herzinfarkt bei uns nach den entsprechenden Qualitätskriterien zügig und zielgerichtet behandeln können. Und ebenfalls sicherlich auch sehr wichtig ist die Zertifizierung für das überregionale Traumazentrum, dass wir schwer und schwerst Verletzte bei uns in den Schockräumen durch die Kollegen der Unfallchirurgie und allen behandelnden Fachabteilungen zügig und zielgerichtet diagnostizieren, behandeln, gegebenenfalls einer weiteren OP und vor allem im weiteren Verlauf auch einer weiteren Therapie, gegebenenfalls auch einer Rehabilitation zuführen können.